Du möchtest mehr wissen über Tarot, Astrologie und Orakelkarten? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir sind im Mantikhaus Hamburg, Kirsten und Roé. Unser Motto lautet, altes Wissen neu erlebt. Über 30 Jahre schon beraten und unterrichten wir mit diesen wunderbaren Erkenntnismodulen. Ja, wir schreiben auch darüber und alles, was wir so tun, das findest du hier unten in der Infobox. Mindestens einmal die Woche bekommst du hier auf diesem Kanal Erklärungen zu Karten, neue Decks-Rezensionen, Legepraxis-Tipps und Tricks und natürlich News aus der Szene. Also, abonniere unbedingt unseren Kanal. Es lohnt sich. Also, abonniere unbedingt unseren Kanal.